It's Showtime! Wir übernehmen heute und damit hat keiner hier gerechnet. Das war jetzt natürlich nur ein Witz. Also es läuft trotzdem heute natürlich das Studium Generale mit Herrn Franco und auch seinem Gast Herr Petersen. Richtig und es gibt zwei Gründe, warum es ganz wichtig ist, dass ihr da draußen oder sie da draußen jetzt nicht umschalten. Nämlich uns, das ist der erste Grund, wir kommen am Ende nochmal. Und natürlich das Studium Generale mit dem großartigen Herrn Franke und seinem Gast Herr Petersen. Deswegen haben wir uns überlegt, eine uralte Fede zwischen digitalem Uniball und Studium Generale heute endlich beizulegen. Gut, man muss dazu sagen, den digitalen Uniball gab es erst einmal. Aber, Jamie Lee, wärst du so nett? Deswegen habe ich die wunderschöne grüne Eule zurück ins Studio gebracht. Bitteschön! Okay, ja. Und jetzt wünschen wir ganz viel Spaß mit dem Studium Generale. Bis später! Bitteschön! Okay, vielen Dank! Also, meine Damen und Herren, das war für uns auch eine Überraschung. Das ist eine Innovation und Universitäten sollten ja auch zu Innovationen was beitragen. Und insofern bin ich sehr dankbar. Ja, ich darf Sie heute wieder sehr herzlich begrüßen zum Studium Generale. Und das Thema ist eigentlich selbstredend. Die letzte Bundestagswahl, die haben Sie alle noch sehr gut in Erinnerung. Und das Faszinierende ist ja, vor einem Jahr hätte niemand geglaubt, dass die CDU abseits steht und die SPD das Rennen macht. Wir sind dann eines völlig anderen belehrt worden. Eine große Überraschung. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, wie ist sowas möglich? Wie kann man sowas erklären? Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute als unseren sehr kompetenten Redner Herrn Petersen vorstellen kann. Herrn Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie in Ahlensbach. Er wird das noch einmal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die es noch nicht kennen. Herr Petersen hat in Mainz Politikwissenschaft studiert und dazu eben so alte Geschichte, Vor- und Frühgeschichte. Und er hat dann 1993 im Ahlensbacher Institut als wissenschaftlicher Mitarbeiter begonnen. Er ist dort seit 1999 Projektleiter. Dann hat er 2001, also neben seiner Tätigkeit, in Ahlensbach promoviert. Und er hat sich im Jahre 2010 an der TU Dresden habilitiert. Nun, einige von Ihnen werden Herrn Ahlensbach vermutlich kennen aus der FAZ. Dort publiziert er verhältnismäßig regelmäßig. Er hat auch mehrere Bücher geschrieben. Und er ist natürlich mit dem heutigen Thema bestens vertraut. Und deswegen freue ich mich, dass wir Sie hier, Herr Petersen, heute begrüßen dürfen. Bevor ich jetzt Herrn Petersen das Wort gebe, noch zwei Bemerkungen, die jedes Mal kommen. Bitte nutzen Sie den Chat, um Ihre Fragen elektronisch zu stellen oder auch um Kommentare elektronisch abzugeben. Und auch bitte ich darum, dass Sie dann nach dem Vortrag, nach der Diskussion die Befragung anklicken und Ihre Beurteilung in die Befragung eingeben. Das ist für uns sehr wichtig, auch für die zukünftige Gestaltung des Studiums General. Das nur als technische Randbemerkung. Jetzt freue ich mich auf Sie, Herr Petersen. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Und hoffe, dass ich Ihnen das ein oder andere Interessante erzählen kann aus unserer Wahlforschung. Wir machen ja bei jeder Bundestagswahl eine Vielzahl von repräsentativen Bevölkerungsumfragen. Und analysieren auf der Grundlage dieses Materials dann die politische, gesellschaftliche Situation. Das machen wir seit, naja, im engeren Sinne seit 1957. Denn das Institut, in dem ich arbeite, ist gegründet. 1947 ist es damit das älteste deutsche Meinungsforschungsinstitut. Ich sage manchmal etwas salopp, wir sind älter als die Bundesrepublik Deutschland und können damit die gesamte gesellschaftspolitische Entwicklung dieses Landes nachzeichnen. Und ich glaube, wir haben das ein oder andere Interessante. Aber bevor ich loslege und wenn ich der Einzige bin, der es nicht weiß, was hat es mit der grünen Eule auf sich? Das will ich aber wissen. Die Eule ist ja immer das Symbol der Weisheit gewesen. Heute muss man natürlich grün sein. Das ist der moderne Trend. Und insofern reden Sie jetzt hier unter dem Symbol der grünen Eule. Ja, aber diese grüne Eule, ist das ein Wanderpokal oder was? Nein, nein, das ist es nicht. Sie kriegen das nicht hinterher mit. Nein, nein, aber sie wurde ja feierlich zurückgegeben. Ja, also ich kann sagen, ich habe die eigentlich auch normalerweise nicht. Insofern kann ich sie auch nur sehr begrenzt über die Historie dieser grünen Eule aufklären. Aber wie gesagt, die Weisheit ist immer mit der Eule verkoppelt gewesen. Und insofern erwarten wir von Ihnen Weisheit. Ob Sie die grün oder grau oder blau machen, das überlassen wir Ihnen. Also gut, ich dachte, dass speziell hinter dieser grünen Eule eine besondere interessante Geschichte steht. Sie merken, mein Beruf ist es, Fragen zu stellen. Das ist sehr gut. Und die Gelegenheit wollte ich natürlich nutzen. Ich werde Ihnen auch hinterher noch einige Fragen stellen. Gut. Also insofern, Sie haben das Podium. Ja, herzlichen Dank. Ich habe es schon gesagt, wir machen am Institut für Demoskopie Allensbach repräsentative Bevölkerungsumfragen. Das ist ein Thema, über das man sehr lange sprechen könnte. Wo man auch, wenn Sie sich auch umgucken, was an der Universität so an Vorlesungen gehalten wird. Da gibt es ganze Institute und Vorlesungen darüber, wie man solche Umfragen macht. Denn das, was wir da tun, ist eine Methode, die auch für die Wissenschaft von erheblicher Bedeutung ist. Sie ist die wichtigste Informationsquelle der sogenannten empirischen Sozialwissenschaften. Was heißt empirisch? Es heißt messend, beobachtend. Also man macht sich nicht nur mehr oder weniger kluge Gedanken über die Gesellschaft und entwickelt Theorien darüber, sondern man versucht diese auch zu überprüfen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Wissenschaften. Die Soziologie ist sozusagen die Mutter dieser Wissenschaften. Aber auch die Politikwissenschaft, die Kommunikationswissenschaft, das ist mein Gebiet, aus dem ich ursprünglich stamme. Aber auch Teile der Psychologie. Das sind Felder, die es ohne diese Methode der repräsentativen Befragung nicht gäbe. Und das ist jetzt keine Methodenvorlesung heute. Deswegen werde ich Sie nicht mit diesen Details nerven. Wäre vielleicht mal bei einer anderen Gelegenheit was. Aber vielleicht nur das zum Hinterkopf. Es ist ein Verfahren, das für Außenstehende in aller Regel nicht wirklich einleuchtet. Weil ihm statistische Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen, die so ein bisschen gegen die menschliche Intuition sind. Wir befragen einige hundert, einige tausend Personen. Typischerweise sind es tausend pro Monat. Und die werden jedes Mal neu ausgewählt nach bestimmten Kriterien. Ganz grob gesagt, man versucht dem Zufall auf die Sprünge zu helfen. Man würfelt gleichsam aus, wen man dort befragt. Das klingt wesentlich einfacher, als es in der Praxis ist. Jedenfalls, man sucht Leute aus, relativ wenige. Aber man stellt sicher, dass diese wenigen Leute, die man dort aussucht, sprechen können für die vielen, die wir nicht befragen können. Und darum auch der Begriff der repräsentativen Umfrage. Also die tausend Leute, die ich frage, die sind so zusammengesetzt, wie die Gesellschaft als Ganzes. Da gibt es so viele Junge, so viele Alte, so viele Norddeutsche, so viele Süddeutsche, so viele Männer, Frauen, Reiche und Arme, wie es sie auch in der Gesamtbevölkerung gibt. Das sicherzustellen ist, wie gesagt, methodisch nicht ganz anspruchslos, aber es ist machbar. Und wenn ich das tue und wenn ich das sicherstelle, dann kann ich mit hoher und berechenbarer Wahrscheinlichkeit von dem Verhalten dieser relativ wenigen Menschen auf die vielen schließen, die ich nicht befragen kann. Denn ich will ja nicht wissen, was meine tausend Leute für eine Meinung haben. Ich will am Ende wissen, was die Gesellschaft als Ganzes für eine Meinung hat. Und dieses Verfahren ist nach Vorläufern in früheren Jahrhunderten in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entwickelt worden. In den 30er Jahren in Amerika hat es einen Durchbruch erhalten. Seit den 40er Jahren gibt es das auch in Deutschland. Und seitdem sind wir in der Lage, mit dieser Methode die Gesellschaft zu analysieren. Neben der wissenschaftlichen Bedeutung gibt es das große, breite Feld der privatwirtschaftlichen Umfrageforschung, auf dem ich auch tätig bin. Wir machen also gesellschaftspolitische Untersuchungen, sehr viel sogar in unserem Institut. Aber es gibt auch das große, breite Feld beispielsweise der Marktforschung oder der Mediennutzungsforschung. Da wird diese Methode auch eingesetzt. In viel mehr Feldern, als viele glauben. In der Öffentlichkeit bekannt ist die Methode der Umfrageforschung eben in aller Regel auch nicht zuletzt für die Wahlforschung. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die ich erlebe, wenn ich Umfrageergebnisse vortrage. Beispielsweise gibt es immer zwei Sorten von Reaktionen. Die eine Reaktion lautet, das ist doch klar, da brauche ich doch keine Umfrage für. Die Frage ist nur, warum ist das so? Und das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man das Vorurteil der betreffenden Person bestätigt hat. Eben hat er das zwar noch nicht gewusst, aber jetzt bekommt er eine Zahl, die seine Meinung bestätigt. Und er glaubt, sie sei sinnlos, weil er hat das ja schon vorher gewusst. Oder aber die Reaktion lautet, das kann nicht sein. Und das weiß ich genau, denn ich kenne mehrere Leute, Klammer auf, neben mir noch einen, Klammer zu, die andere Meinungen haben. Also da hat man das Vorurteil nicht bestätigt. Aber Sie sehen daran schon, was der Zweck der Veranstaltung ist. Sie können mit Hilfe der Umfrageforschung die Gesellschaft beobachten. Sie können erfahren, was Menschen denken und fühlen, unabhängig von dritten Quellen. Sie sind nicht auf Journalisten angewiesen, sie sind nicht auf Historiker angewiesen, sie sind nicht auf Chronisten jedweder Art angewiesen, auf mehr oder weniger kluge Interpretatoren, sondern die Bevölkerung selbst spricht mit zu einem. Und manchmal kommen dort Dinge raus, mit denen man nicht gerechnet hat. Paul Valery hat mal gesagt, wenn wir überrascht sind, stehen wir der Wirklichkeit gegenüber. Und das ist das Hübsche. Die Umfrageforschung zwingt uns immer wieder aus unseren Vorurteilen heraus, sie überrascht uns, weil wir Dinge herausbekommen, mit denen wir so nicht gerechnet haben. Jetzt bei unserem Thema, speziell gibt es noch ein weiteres Vorurteil und das besagt, dass die Umfragen immer daneben liegen. Das war schon immer falsch, aber es ist sozusagen so fest verankert, dass das immer als Selbstverständlichkeit geäußert wird. Auch in jüngerer Zeit höre ich immer, dass die Wahl Donald Trumps in Amerika vor vier, fünf Jahren ja doch ein treffliches Beispiel sei. Aber das ist vielleicht ein interessanter Job. Gucken Sie mal nach, was die Umfragen damals sagten. Und dann werden Sie feststellen, die Umfragen lagen nicht verkehrt. Die Interpretationen der Journalisten waren falsch. Und auch bei der jetzigen Bundestagswahl ist es so, dass man in aller Bescheidenheit sagen kann, dass das doch einigermaßen stimmt, was wir daraus bekommen haben. Sie sehen hier eine Folie mit der Aufschrift Wahlprognose und Wahlergebnis 2021. Was Sie zunächst mal sehen, ist die Prognose, wobei ich zum Wort Prognose noch ein Wort sagen muss. Denn oft hört man Land auf, Land ab zu allen möglichen Umfragen, sie seien eine Prognose. Dazu ist zu sagen, dass die allermeisten Umfragen keine Prognosen sind. Eine Prognose ist der Versuch, etwas Zukünftiges vorherzusagen. Und normalerweise weisen wir diesen Versuch weit von uns. Es ist ein häufiges Missverständnis, dass Umfrageforscher irgendwie mit der Glaskugel da sitzen und dann irgendwie, ich erlebe das auch oft, dass ich gefragt werde, ja, erzählen Sie mir was über die Zukunft der Medienwelt, kann ich sagen, weiß ich doch nicht. Ich kann Ihnen was über die Gegenwart der Medienwelt sagen und über die Vergangenheit der Medienwelt. Und daraus kann ich mit einiger Vorsicht Vermutungen ableiten, wie es sich weiterentwickelt. Aber ich bin nicht die, nehmen wir mal ein sehr modisches Thema, ich bin nicht das Klimamodell, ich bin das Thermometer. Ich messe, wie die Bevölkerung sich verhält. Allerdings haben wir in der Umfrageforschung ein Problem. Das Problem ist, dass wir Dinge messen, die man auf andere Art und Weise nicht messen kann. Sonst gäbe es die Methode ja nicht. Wir müssten diese Fragerei nicht veranstalten, wenn man auf andere Art und Weise möglicherweise leichter herausbekäme, was wir herausbekommen. Das heißt aber auch, das ist natürlich erstmal sozusagen der Grund, warum es die Methode überhaupt gibt. Aber zweitens ist damit ein Problem verbunden. Und das Problem besteht darin, dass Sie ganz selten Gelegenheiten haben, zu prüfen, ob die Methode funktioniert. Ja, in den Lehrbüchern können Sie wunderbar beschreiben, warum das eigentlich funktionieren müsste. Aber in Lehrbüchern steht leider Gottes, gerade wenn es die Umfrageforschung betrifft, auch viel, was in der Praxis nicht funktioniert. Weil leider Gottes auch viele Leute, die diese Lehrbücher geschrieben haben, selbst nie Umfragen gemacht haben. Oder jedenfalls nie von A bis Z. Und deswegen steht auch manches falsch in den Lehrbüchern. Also der Grund, also sozusagen die Tatsache, dass etwas theoretisch funktionieren müsste, reicht nicht aus. Ich muss es prüfen. Und Wahlen sind eine der wenigen Gelegenheiten, an denen ich das prüfen kann. Denn ich kann ja wenige Tage später widerlegt werden. Und deswegen sagen wir uns, und das machen wir so seit 1957, natürlich kann in den letzten zwei Tagen vor der Wahl noch was passieren. Auch das ist schon vorgekommen. Aber wenn nichts ganz Ungewöhnliches passiert, dann müsste eigentlich die letzte Umfrage vor der Wahl, mit der wir erheben, welche Parteien die Befragten wählen wollen, in den statistischen Grenzen ungefähr zwei Prozentpunkte, das Wahlergebnis, das dann zwei Tage später ermittelt wird, widerspiegeln. Und wenn das nicht der Fall ist, und wenn nicht, wie im Jahr 2002, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, ich glaube es war 2002, die Möllemann-Affäre, die noch dazu führte, dass die FDP zwei Tage vor der Wahl von 14 auf sieben Prozent runterfiel. So was kann natürlich auch mal passieren. Aber wenn nicht so eine außergewöhnliche Situation eintritt, dann müsste eigentlich dann das Wahlergebnis vorweggenommen werden durch unsere letzte Umfrage vor der Wahl, wo die Interviews wirklich wenige Tage vor der Wahl stattfinden. Es sind übrigens, kleiner methodischer Vermerk, in unserem Fall persönliche Interviews. Das heißt, Interviewer klingeln an den Haustüren und suchen nach unseren Vorgaben Befragte und befragen die von Angesicht zu Angesicht. Viele arbeiten anders, viele arbeiten mit Telefon, manche mittlerweile auch online. Also die letzten Interviews wenige Tage vor der Wahl und hier sehen Sie das Ergebnis. CDU 25 Prozent, SPD 26, FDP 10,5, Grüne 16, Linke 5 und AfD 10. Und hier sehen Sie das Zweitstimmenwahlergebnis. Wir haben eine durchschnittliche Abweichung eines Parteiwertes zu dem tatsächlichen Ergebnis von 0,7 Prozent. Die größte Abweichung bei den Grünen 1,2 Prozentpunkte. Also das zeigt Ihnen, was die Methode leistet. Das ist jetzt allerdings ein ungewöhnlich guter Fall. Wir hatten auch schon etwas unerfreulichere Abweichungen. Aber ich könnte Ihnen jetzt, habe ich jetzt heute nicht mitgebracht, zeigen, ja, von 1957 bis heute. Und Sie werden sehen, dass das mehr oder weniger bei jeder Wahl der Fall ist. Das heißt, wenn man weiß, was die Methode kann, wenn man weiß, ja, sozusagen, wo ihre Möglichkeiten und Grenzen sind, kann man ziemlich genau das Verhalten der Bevölkerung abbilden. Jetzt kann man sehr viel über Fragebogenmethoden sprechen und über methodische Schwierigkeiten, die sich im Einzelfall ergeben könnten. Aber wie gesagt, das ist ja keine Methodenvorlesung. Also wir haben hier dieses Wahlergebnis und das kennen Sie natürlich alle oder jedenfalls in den Größenordnungen. Und ich weiß nicht, wer jetzt von Ihnen davon überrascht gewesen ist. Wir waren es jetzt naturgemäß nicht, weil wir das ja laufend verfolgt haben. Aber wenn man jetzt nicht sozusagen hauptberuflich Umfragen macht oder hauptberuflich in der Medienwelt unterwegs ist, dann konnte man schon überrascht sein, denn das ist doch ein durchaus deutlich anderes Ergebnis, als das, was noch wenige Wochen vorher zu erwarten gewesen schien. Und da ist natürlich die Frage, was war da los? Ja, was hat sich da in diesem Wahlkampf getan? Und was ich heute tun will, ist, dass ich Ihnen in groben Zügen zeigen möchte, ein paar Ausschnitte aus unserer gesellschaftspolitischen Forschung und Ihnen verschiedene Aspekte dieses Wahlkampfes vorführen, die einmal die besondere Situation dieses Wahlkampfs widerspiegeln und die zweitens aber auch zum Teil längerfristige Entwicklungen wiedergeben, die sich in diesem Wahlkampf auch spiegeln. Zunächst mal haben wir eine relativ klare Dynamik gehabt in diesem Wahlkampf. Was Sie auf dieser Grafik sehen, ist die Entwicklung der Parteistärken. Im Jahr 2021, vom Januar an, also sozusagen heute vor einem Jahr, bis zum Wahltermin. Und Sie sehen das, was auch öffentlich intensiv diskutiert worden ist. Wir haben eigentlich drei Bewegungen, die Anfang des Jahres, beinahe hätte ich gesagt, so noch nicht abzusehen waren. Das stimmt nicht ganz. Eine dieser Bewegungen habe ich vorher gesehen. Und zwar nicht, weil ich ein toller Prophet wäre, sondern aus Erfahrung heraus. Aber es ist in der Tat einiges an Dynamik drin gewesen. Wir sehen einmal den sehr deutlichen Rückgang der Unionsparteien, die Anfang des Jahres noch bei deutlich über 30 Prozent waren. Nicht weit von 40 entfernt, 36, 37, 38 in dieser Zeit. Und dann ein regelrechter Absturz im Frühjahr auf das Niveau, auf dem sie dann mehr oder weniger geblieben sind. Nämlich zwischen 25 und 30 Prozent mit gewissen Schwankungen. Dann gibt es diese für viele sehr überraschende Dynamik der SPD, die noch wenige Monate vor der Wahl bei deutlich unter 20 Prozent lag und am Ende natürlich noch die Wahl gewann, wenn auch mit geringem Abstand. Und wir haben die rückläufigen Werte für die Grünen. Das ist der Teil, den ich vorher gesehen habe. Da könnte man jetzt viel über Nachrichtenauswahl und Medienwirkung sprechen. Also das hätte mich überrascht, wenn sich nicht die Werte der Grünen, die zwischenzeitlich bei bis beinahe 30 Prozent gelegen hatten, sich bis zum Wahltermin nicht noch relativieren würden. Also das ist so gesehen mit etwas Erfahrung vielleicht keine wirklich überraschende Entwicklung gewesen. Also Sie sehen diese Dynamik. Und viele hat es überrascht. Jetzt zeige ich Ihnen aber noch eine andere Grafik. Die ist jetzt optisch ein bisschen anders gestaltet. Etwas weniger übersichtlich. Die zeigt erst mal das Gleiche. Die zeigt auch die Parteistärken. Aber etwas weiter in die Vergangenheit, nämlich bis zum Jahr 2017. Also hier haben Sie die gesamte Wahlperiode von 2017 bis 2021. Und dann sehen Sie, dass manches nicht ganz so überraschend ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Es bleibt der deutliche Anstieg der SPD am Schluss auf ein Niveau, das sie in der Tat in der ganzen Wahlperiode nicht hatte. Allerdings in der Wahlperiode zuvor. Das Ergebnis, das die SPD 2021 eingefahren hat, ist fast aufs Prozent genau identisch mit dem Ergebnis von 2013. Das ist nur vergessen worden. Nur damals wurde es als Niederlage gewertet, weil die Union stärker war, wesentlich stärker damals. Heute ist es sozusagen ein Wahlsieg, aber es ist ein relativer Wahlsieg. Also wir haben eine Erholung der SPD auf ein, naja, eigentlich vorher schon gewohntes Niveau. Das Interessanteste ist aber die Entwicklung der CDU-CSU. Und das relativiert ein bisschen die Werte, die ich in dem gezeigt habe. Alle sprechen von diesem Absturz der Unionsparteien. Den hat es auch gegeben. Aber vergessen wurde, dass ein Jahr vorher auch ein Aufschwung der Unionsparteien erfolgte. Und das ist, da sehen Sie sozusagen das, was die Politikwissenschaftler den Rallye-around-the-Flag-Effekt nennen. Oder etwas salopper, im Alltag spricht man von der Stunde der Exekutive. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Corona-Effekt. Wir haben im Grunde die ganze Wahlperiode, wenn Sie sich erinnern, 2017, hat die CDU-CSU ein Wahlergebnis von 32, 33 Prozent erhalten. Für Ihre Verhältnisse auch schon sehr schwach. Und in den Wochen und Monaten und ersten zweieinhalb Jahren danach wurde sie auch tendenziell eher schwächer. Sie sehen das hier an dieser Linie. Und wir hatten Ende des Jahres 2019 die Unionsparteien so auf dem Niveau von 28, 29 Prozent. Dann kam die Corona-Epidemie. Und dann passiert etwas, was man in vielen anderen Ländern auch sehen konnte. Das sehen wir in halb Europa, überall dort, wo wir diese Umfragen haben. Auch in Amerika tendenziell. In dem Augenblick, wo eine Gefährdung von außen eintritt und bedrohlich ist und diese Gefährdung ist nicht offensichtlich durch die Regierung verursacht. Das gibt es natürlich manchmal auch. Aber das ist ja nun, hier weiß Gott nicht der Fall. Dann neigt die Bevölkerung, sich hinter der Regierung zu versammeln. Darum rally around the flag. Man versammelt sich um die Flagge. Oder eben Stunde der Exekutive. Das ist wahrscheinlich ein sehr menschlicher Reflex. Vermutlich können sogar Anthropologen was dazu sagen. In der Gefahr rückt man zusammen. Und davon profitiert natürlich dann tendenziell die führende Regierungspartei. Und darum sprang die Union von Ende 2019 auf Anfang 2020 von den 28, 29 Prozent, die sie vorher hatte, auf 38, 39 Prozent. Also um 10 Prozentpunkte. Es ist extrem selten solche Sprünge in der Umfrageforschung. Und es blieb auch ungefähr ein Jahr auf diesem Niveau. bis Anfang des Wahljahres 2021 ungefähr jetzt vor einem Jahr die Stimmung kippte. Das hatte was zu tun mit der Impfstoffbeschaffung unter anderem. Aber auch wahrscheinlich einfach mit dem Effekt, dass eine Bevölkerung nicht dauerhaft in einem emotionalen Ausnahmezustand verharren kann. Und dieser Rally around the flag hält einfach nicht ewig an. Und im Frühjahr 2021 war die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung außerordentlich gering, nachdem sie lange Zeit sehr hoch war. Und da schlug sich natürlich wiederum auf die Unionsparteien nieder, die dann wieder auf das Niveau zurückfielen, was sie dann vorher eigentlich auch schon hatten. Was heute nur vergessen worden ist. und dann haben sie im Laufe eines sicherlich ungeschickt geführten Wahlkampfes noch mal ein paar Prozentpunkte verloren. Aber eigentlich sind diese Werte gar nicht so überraschend, wenn man das Ganze langfristig betrachtet, sondern sie stehen in einer langen Tradition. Ich komme darauf gleich noch mal zurück. Das Zweite, was man bei dieser Wahl bedenken muss, neben der Tatsache, dass sie nach einer gesellschaftspolitischen Ausnahmesituation stattgefunden hat, ist, dass sie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auch in einer anderen Hinsicht einzigartig war. Zum ersten Mal seit 1949 hat sich keine Regierung zur Wiederwahl gestellt. Es gab sonst immer die Situation, dass ein amtierender Bundeskanzler sich zur Wahl stellte und dann konnte eine Opposition sich auch an der bekannten Regierung, Stichwort von Frau Merkel das letzte Mal, Sie kennen mich, an dieser bekannten Regierung messen konnte und sich als bessere Alternative präsentieren konnte. Das war dieses Mal anders. Es war vollkommen klar, dass nicht nur die Bundeskanzlerin ihr Amt aufgeben würde, sondern dass mit ihr natürlich auch dann, selbst wenn dieselben Parteien wiederregieren würden, ein völlig anderes Kabinett entstehen würde. Das heißt, die Bevölkerung wusste nicht viel, aber eins wusste sie, die Regierung wird wechseln. Die Frage ist nur, wie sie wechselt. Und das führte aber auch dazu, dass nicht Bekanntes gegen vielleicht weniger Bekanntes antrat, sondern dass alle sozusagen ein bisschen auf Reset-Gewässe gesetzt waren, alle sozusagen auf Null, was natürlich für die Unionsparteien eher ein Nachteil war, weil sie sozusagen keinerlei Amtsbonus jedweder Art irgendwie ausspielen konnte, wenn es dann einen gegeben hätte. Das ist dann doch die zweite Frage. Aber für die Opposition umgekehrt bedeutete das natürlich potenziell eine Chance. Also eine ganz neue Situation, was auch für uns als Umfrageforscher nicht ganz unproblematisch war, denn es bedeutete, dass wir unsere Erfahrungswerte nicht verwenden konnten. Das ist einerseits ganz gut, weil Erfahrungswerte durchaus gefährlich sind. Ich rede auch von der Erfahrungsfalle. Man neigt dazu, von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Ich nenne das immer etwas salopp den Sportreporter-Fehler. Wenn der Sportreporter sagt, die Statistik spricht für die Schalker, denn Schalker hat zu Hause noch nie gegen Werder verloren, dann verlieren sie halt jetzt zum ersten Mal. Bloß weil etwas früher so war, heißt es nicht, dass es so bleiben muss. Dennoch guckt man natürlich auf Erfahrungswerte und neigt daraus, auf Zukunft zu schließen. Aber was sind die Erfahrungswerte noch wert, wenn die Situation eine vollkommen andere ist? Also, wir waren als Umfrageforscher ein bisschen orientierungsloser, als wir es früher waren. Ich hätte mir auch drei Wochen vor der Wahl noch nicht zutrauen können, zu sagen, wer die Wahl gewinnt, was normalerweise nicht der Fall ist. Und damit waren wir nicht allein, denn die Bevölkerung war auch orientierungslos, aber auch durchaus interessiert. Hier sehen Sie das Ergebnis der Frage, fanden Sie diesen Wahlkampf interessanter, als die letzten Wahlkämpfe oder weniger interessant oder gibt es keinen Unterschied? Und dann sagte er doch eine deutliche relative Mehrheit der Bevölkerung, ich finde es diesmal interessanter. Und wenn man fragt, fast eigentlich noch aufschlussreicher, haben Sie den Eindruck, das ist jetzt immer jeweils kurz vor dem Wahltermin, einen Monat vor der Wahl ungefähr ermittelt, haben Sie den Eindruck, dass die kommende Bundestagswahl die meisten Ihrer Freunde und Bekannten mehr interessiert als frühere Bundestagswahlen oder weniger? Oder gibt es da keinen großen Unterschied? Warum so komisch um die Ecke gefragt? Ob es mich interessiert, ist eine Sache und da spielt auch soziale Normen eine Rolle, aber Menschen sind sehr gut ihr Umfeld zu beobachten und wenn die sagen, die Leute sind irgendwie interessierter, dann ist das an der Stelle oft eine aufschlussreiche Information und Sie sehen hier das Ergebnis für die letzten drei Wahlen und Sie sehen, dass der Anteil derjenigen, die Sie dieses Mal sagten, ich bin interessiert, deutlich größer war als 2013 und 2017. Nein, nicht ich bin interessiert, sondern die anderen sind interessiert, größer war als 2013 und 2017. Dazu kommt noch ein anderer Effekt, der Ihnen aber jetzt auch schon zeigt, dass die Sache noch ein bisschen komplizierter ist und dass noch mehr dahinter steckt. Das ist eine Frage, die allen gestellt wurde, wiederum ungefähr einen Monat vor der Wahl jeweils. Die sagten, sie wollten bei der kommenden Bundestagswahl wählen gehen. Nur diejenigen werden befragt und da kommt die Nachfrage und wissen Sie schon genau, für welche Partei Sie bei der Bundestagswahl stimmen werden oder überlegen Sie noch. Und Sie sehen hier den Trend für diese Frage bis 1980 zurück und Sie sehen zweierlei. Sie sehen erstens, dass, mit geringen, kurzfristigen Schwankungen mal abgesehen, der Anteil derjenigen, die sagten, ich weiß schon, wie ich wählen werde, wo gemerkt, einen Monat vor der Wahl, ziemlich kontinuierlich, langsam, aber sicher zurückgegangen ist, während der Anteil derer, die sagen, ich überlege noch, gewachsen ist. Er ist aber interessanterweise im Jahr 2021 nicht größer gewesen als im Jahr 2017. Also, wir haben erstens, was auch oft berichtet worden ist, einen bis kurz vor der Wahl hohen Anteil von Unentschiedenen gehabt. Aber das hatten wir letztes Mal auch schon. Auch darauf komme ich gleich nochmal zurück. Da haben wir es mit einer langfristigen Entwicklung zu tun. Aber, das ist schon sozusagen der erste Befund, da ist mehr Bewegung im Spiel, als es früher der Fall war. Das Ganze ist nicht verknüpft mit einem Gefühl besonders großer Beunruhigung. Auch das ist vielleicht ganz aufschlussreich, gerade von dem Hintergrund, dass in der Gegenwart man sehr oft hört, die Gesellschaft sei so gespalten. Es gäbe so viele Konflikte in der Gesellschaft. Ich sehe das offengestanden in unseren Umfragen nicht. Viele Leute, die das heute sagen, haben, glaube ich, vergessen, wie aufgeheizt die gesellschaftspolitische Stimmung in den 70er, 80er, 90er Jahren war. Gar kein Vergleich zu heute. Klar haben wir Probleme, haben wir Konflikte, ich will das nicht kleinreden und sie sind auch anderer Natur als damals, aber zu glauben, dass die Gesellschaft als Ganzes irgendwie aufgeregter wäre als früher, führt, glaube ich, in die Irre und das sehen Sie unter anderem an dieser Frage. Es gibt ja Wahlen, die man als Schicksalswahlen bezeichnen kann, bei denen sich die Zukunft Deutschlands entscheidet. Denken Sie, die kommende Wahl ist eine solche Schicksalswahl oder glauben Sie das nicht? 1998, ein ganz aufgeheizter Wahlkampf und auch 2005, sagte eine relative Mehrheit der Bevölkerung, das ist eine Schicksalswahl. Hätten wir jetzt mehr Zeit und ein anderes Thema, könnte ich jetzt auch länger über das Wahljahr als überhaupt die Zeit um 2005 sprechen. Das ist nämlich die eigentliche Krisenzeit. Da ist wesentlich mehr, sozusagen, ich glaube auch, da war die Demokratie gefährdeter, als die es heute ist. Und dann sehen Sie aber die Ergebnisse der letzten Wahlen und Sie erkennen 2021, ja, der Anteil derer, die sagten, das ist eine Schicksalswahl, war größer als 2009, 2013 und 2017. Aber immer noch weit unter dem Niveau, was in früheren Wahlen gemessen worden ist. Also, übermäßige Aufregung ist da nicht. Es ist auch nicht so, dass diese, der hohe Anteil derer, die sagen, ich weiß nicht, wen ich wählen werde, dass das Ausdruck von Politikverdrossenheit wäre. Das wird oft behauptet, ja. Ach, die Bevölkerung wendet sich ja von der Politik und den Politikern ab und die sind ja so verärgert und darum sind sie völlig ratlos, wen sie wählen sollen. Auch das sehen wir nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, also Hinweisfragen aus unserer Forschung. Ich könnte auch da jetzt viel drüber reden, über Demokratieforschung. Ja, die zeigen sozusagen, wie tief die Demokratieverankerung bei der Bevölkerung ist, wie die Einstellung der Bürger zum Staat ist. Ich zeige Ihnen hier nur mehr oder weniger zufällig rausgerissen ein paar. Und da sehen Sie, dass von übermäßiger Politikverdrossenheit heute weniger die Rede sein kann als vor 15 Jahren. Hier erstmal die allgemeine Frage. Glauben Sie, die Demokratie ist die beste Staatsform oder gibt es andere Staatsformen, die besser sind? Natürlich sagt er das die ganze Zeit eine deutliche Mehrheit. Immerhin geht dieser Trend bis 1967 zurück. Da sehen Sie auch, wie schön das ist, an einem Institut arbeiten zu können, das so lange Trends hat. Ja, da reden wir über ein halbes Jahrhundertentwicklung. Und es sind drei Viertel, die sagen, die Demokratie ist die beste Staatsform. Aber zwischenzeitlich waren es auch mal nur zwei Drittel. Also es ist nicht so, dass da eine grundsätzliche Erosion wäre. Jetzt wird ein Politikwissenschaftler, ja, kommt darauf an, welche Demokratie. Wie gesagt, da könnte man sehr ins Detail gehen. Anderes Beispiel, Zufriedenheit mit der Demokratie. Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit dem Funktionieren der Demokratie in der Bundesrepublik und unserem gesamten politischen System? Und die meisten sagen, einigermaßen zufrieden. Die sind jetzt hier nicht abgetragen, sondern Sie sehen hier nur die extremen Aussagen. Nämlich der Anteil derer, die sagen, sie seien sehr zufrieden, das ist die helle Linie. Und den Anteil derer, die seien ausdrücklich nicht zufrieden, das ist die dunkle Linie. Und Sie sehen, ja, der Anteil derer, die sagen, sie sind nicht zufrieden, ist gegenüber 2013, das ein extrem ruhiges Jahr war, ein bisschen gestiegen. Ja, auch das sind wieder die Wahljahre, aber erst weit unter dem Niveau, was wir im Jahr 2003 hatten. Gut, 2003 war kein Wahljahr, aber es sind sozusagen überwiegend Wahljahre. Noch ein Beispiel, keine Sorge, ich werde es nicht endlos fortführen, aber ich will Ihnen zeigen, sozusagen, dass das Muster ein etwas anderes ist, als viele Menschen glauben. Stichwort, wenn wir überrascht sind und so weiter. Wenn jemand sagt, ich bin zur Zeit von allen im Bundestag vertretenen Parteien enttäuscht, würden Sie das auch sagen oder würden Sie das so nicht sagen? Da sagten 2021 ein gutes Drittel, 36 Prozent, ich bin von allen Parteien enttäuscht, kann man sagen, ist ziemlich viel. Aber 2016 waren es 50 Prozent, also deutlich mehr. Jetzt könnte man sagen, gut, ein Jahr später ist die AfD in den Bundestag gekommen, da haben sich die AfD-Anhänger nicht repräsentiert gefühlt und kein Wunder, dann sind sie am Bundestag gekommen und dann hat sich das erlegt. Aber, wenn Sie das aufgliedern nach Parteianhängerschaft, dann sehen Sie, dass die AfD bis heute, die AfD-Anhänger bis heute diejenigen sind, die mit Abstand am häufigsten sagen, sie seien von allen Parteien im Bundestag enttäuscht, interessanterweise damit auch von der, von ihnen selbst bevorzugten. Was mich zu der Vermutung bringt, dass das ein bisschen mehr eine Frage der Persönlichkeit und der Grundhaltung gegenüber Politik ist, als der konkreten Parteipolitik. Auch interessant, der relativ hohe Anteil bei den Linken, sozusagen Neigung zu autoritären Strukturen ist oft verknüpft mit einer Art Grundunzufriedenheit. Gut, also das ist es nicht, also wir halten fest, Enttäuschung, Verdrossenheit mit Politik und Parteien ist eher etwas zurückgegangen, wenn auch auf langfristig noch immer relativ hohem Niveau. Was es allerdings gab, war eine ausgeprägte Wechselstimmung. Eine Frage lautete, wäre es gut, wenn die Bundesregierung in Berlin, früher natürlich Bonn, wechseln würde oder wäre das nicht gut? Und da sind wir jetzt bei den Problemen mit unseren schlechten vergleichbaren Trends. Wir haben die in diesem Jahr oder im letzten Jahr, muss ich jetzt sagen, im Mai 2021 gestellt, da sagten uns 61% unserer Befragten, Sie fänden es gut, wenn die Regierung wechseln würde. Das ist der höchste gemessene Wert seit 1994, als die Frage zum ersten Mal gestellt wurde. Da haben wir sie nochmal wiederholt, im Juli, da waren es 55%, da war es zumindest noch mit der höchste Wert. Was auf dieser Grafik nicht mehr drauf ist, das habe ich in der Schnelle nicht mehr ergänzen können. Wir haben sie kurz vor der Wahl nochmal gestellt, da waren es 66% und das wiederum ist der höchste Wert mit Abstand, der je gemessen wurde. Das heißt, es gab das höchste Bedürfnis an Regierungswechsel, das wir hatten, selbst höher als, oder tendenziell etwas höher als 1998, als die Regierung ja dann auch tatsächlich wechselte. Allerdings, ich habe es erwähnt, die Situation ist eine andere. Die Bevölkerung wusste nicht viel, aber eins wusste sie, die Regierung wird wechseln. Und insofern ist es schwer zu sagen, inwieweit die Zahl von 2021 mit der von 1998 wirklich vergleichbar ist. Und Sie sehen auch, dass die Abstände nicht riesig sind, ja, 61% zu 59. Aber man kann unabhängig davon auf jeden Fall festhalten, eine ganz ausgeprägte Wechselstimmung in Bezug auf den Punkt, ich möchte, dass die Regierung wechselt. Fragte man allerdings, ja, was möchtet ihr denn stattdessen, zeigte sich eine ausgeprägte Ratlosigkeit. Auch das haben wir im Mai und im Juni dann nochmal gefragt. Die hellen Balken sind die vom Mai, die dunklen die vom Juni. Alle diejenigen, die sagten, ich möchte, das ist sehr gut, wenn die Regierung wechseln würde, also gut die Hälfte der Befragten, bekamen die Nachfrage, und was hätten sie denn gerne anders? Hätten sie gerne eine andere Koalition unter Führung der CDU, CSU, oder eine SPD-geführte Regierung, oder eine Regierung unter Führung der Grünen, oder hätten sie gerne eine ganz andere Regierung? Und was sie sehen, ist sozusagen die größtmögliche Ratlosigkeit. Die Bevölkerung war, also die Hälfte der Bevölkerung sagte, ich will eine andere Regierung, aber wenn man fragte, was willst du, dann verteilten sich die Antworten ziemlich gleichmäßig auf die verschiedenen Optionen. Im Juni noch mehr als im Mai, wo noch so ein Echo der sehr positiven Berichterstattung über die Grünen in den Medien erkennbar war. Am Juni war es so, dass eine grüne Regierung, eine SPD-Regierung und eine CDU-Regierung mit einer wie immer gearteten anderen Konstellation praktisch den gleichen Zuspruch hatten, nämlich von jeweils einem Fünftel der Befragten. Aber ein Fünftel von der Hälfte ist ein Zehntel. Relativ am meisten sagten noch, sie wollten eine ganz andere Regierung oder waren unentschieden. Beides zusammengenommen ist dann mehr als alle anderen konkreten Angaben. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wechsel ja, aber wie? Und da herrschte eigentlich ziemliche Ratlosigkeit. Und das zeigt sich in der Tat auch an verschiedenen Trends und das relativiert auch beispielsweise die Parteiwerte und auch die Werte für die Kandidaten. Es ist sehr aufmerksam in der Öffentlichkeit registriert worden, dass Olaf Scholz vor der Wahl der mit Abstand populärste der drei Kanzlerkandidaten war. Das war er auch. Und man sieht vor allem, und das ist das eigentlich beeindruckende an der Entwicklung, dass er vom Frühjahr an, als er noch an dritter Stelle stand, kontinuierlich von Umfrage zu Umfrage sozusagen etwas weiter nach vorne rückte, anfangs noch unbemerkt, aber dann irgendwann eben an erster Stelle stand, während die anderen beiden Kandidaten zurückfielen. aber man sieht auch, und das ist das eigentlich Interessante, selbst unmittelbar vor der Wahl, also die letzte Umfrage, ja, vor dem Wahltermin, die dann den Sieg der SPD ergeben würde, war es immer noch so, dass ebenso viele Befragte sagten, sie möchten lieber keinen dieser drei Kandidaten als Bundeskanzler sehen. Also etwas salopp gesagt, demoskopisch betrachtet war Olaf Scholz gleichsam der Einäugige unter dem Blinden. Es ist nicht so, dass er irgendwie enorm populär gewesen wäre. Er war nur populärer als die beiden anderen. Aber das sind letztlich immer noch relativ niedrige Werte. Übrigens für die Regierung eine sehr gute Situation, denn eine Regierung, die gewählt wird mit sehr großen Erwartungen von der Bevölkerung, ist auch eine Regierung, die leicht enttäuschen kann. Das hat Schröder 1998 erlebt. Der klassische Fall ist Obama, der ist praktisch als Messias ins Amt gewählt worden. konnte dann im Grunde von dem Niveau nur noch runterfallen. Das ist bei der jetzigen Regierung nicht der Fall. So, auch mit Blick auf die Uhr, ich will Sie nicht zu lange nerven, noch sozusagen zwei Dinge, die glaube ich aufschlussreich sind. Das eine ist, ich habe Ihnen schon gesagt, wir sehen einmal die Spezifika dieses Wahlkampfes, Sondersituationen in mancherlei Hinsicht, aber wir sehen auch langfristige Entwicklungen. Denken Sie an den Anteil der Unentschieden, der ja schon seit Jahrzehnten wächst. dahinter verbirgt sich eine Veränderung im Parteiensystem, die schon seit Jahrzehnten andauert und von der ich annehme, dass sie sich in absehbarer Zukunft auch fortsetzen wird. Und die steht wiederum für eine veränderte Einstellung der Bürger gegenüber Staat und Politik und zwar in einer Art und Weise, die ich persönlich als begrüßenswert empfinde, weil sie zeigt, dass die Bürger in gewisser Hinsicht selbstbewusster werden. Ein Hinweis darauf ist beispielsweise die Zahl der Parteien, die an den Bundestagswahlen teilnehmen. Das ist übrigens gar nicht so leicht rauszufinden, da habe ich es ziemlich aufwendig recherchieren müssen, denn hier ist jetzt abgetragen die Zahl der Parteien, die mit Landeslisten an den Bundestagswahlen teilnehmen. Die Zahl der zugelassenen Parteien ist noch mal größer, aber manche stellen auch nur Einzelkandidaten auf oder nehmen dann doch nicht teil. Aber das sind die Werte, ich hoffe, sie stimmen, zumindest stimmen die Größenordnung. Und sie sehen, dass das seit den 70er Jahren eigentlich kontinuierlich zugenommen hat. Es sind mehr und mehr und mehr Parteien, die an den Wahlen teilnehmen. Und wir wissen ja auch, dass sich die Zahl der Fraktionen verdoppelt hat seit jener Zeit. Es ist auch der Anteil derjenigen gewachsen, die sagen, sie wechseln öfter mal ab. Die Frage lautet, hier haben sie im Allgemeinen bei Bundestagswahlen immer die gleiche Partei gewählt oder haben sie manchmal abgewechselt. Dazu muss man allerdings sagen, dass der Anteil derjenigen, die wechseln, nicht so gestiegen ist, wie der Anteil derer, die sagen, sie hätten gewechselt. Da gibt es bestimmte Analysemethoden, mit denen man das vergleichen kann. Das habe ich nicht ganz bis an die Gegenwart heran, aber es ist zum Teil auch eine Mode, zu sagen, ach, die habe ich letztes Mal gewählt, nie wieder, die sind ja alle blöd, jetzt wähle ich die anderen. Also, das überzeichnet die tatsächliche Entwicklung wahrscheinlich etwas hier, die Grafik. Aber die Tendenz ist schon deutlich, die Bereitschaft, mal die eine, mal die andere Partei wählen, auch über die Parteilager hinweg, ist tendenziell gestiegen und die Auswahl ist auch größer geworden. Und unter diesen Bedingungen ist es kein Wunder, dass der Anteil der Volksparteien am Zweitstimmenergebnis nicht erst seit zwei, drei Wahlen, sondern seit Jahrzehnten tendenziell rückläufig ist. Der Höhepunkt war, ich glaube, 1976 erreicht, nee, oder 72 schon, und seitdem, anfangs schleichend und dann aber doch mit etwas verstärkter Geschwindigkeit und abgesehen von kurzfristigen Schwankungen hier, 2013 war in dieser Hinsicht ein Ausreißer, aber tendenziell nimmt das ab. Das heißt, dass die CDU jetzt bei 25 Prozent gelandet ist und dass die SPD ein Ergebnis von 26 Prozent als Wahlergebnis feiert, mit Recht, dass die noch vor zehn Jahren als katastrophale Niederlage wahrgenommen hätte, ist kein Zufall, sondern das ist das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung und auch nicht unbedingt das Ergebnis einer bewussten oder gar aggressiven Abwendung von den Parteien. Nicht so, dass die Leute mehr gegen die CDU oder mehr gegen die SPD hätten als früher. Es ist nun nicht mehr so selbstverständlich, sie zu wählen. Das sehen Sie an dieser etwas komplizierten Grafik. Dahinter stecken zwei Fragen. Und ohne, dass ich jetzt groß ins Detail gehe, mit der einen Frage wird gefragt, welche Partei ist denn die am sympathischsten, welche ist am zweitsympathischen, welche ist am drittsympathischen und so weiter. Da werden also die Parteien durchdekliniert und die Befragten sortieren die nach Sympathie. Und wenn das geschehen ist, kommt eine Nachfrage und die Nachfrage lautet, könnten Sie sich vorstellen, bei der nächsten Wahl auch die an zweite Stelle gelegte Partei zu wählen. Und mit diesen beiden Fragen können Sie drei Härtegrade der Parteianhängerschaft identifizieren. Das sehen Sie hier am Beispiel der CDU-CSU. Ähnliches können wir auch für die SPD zeigen. Die schwarze Fläche ist die Anteile, es sind diejenigen von 1974 bis heute, die sagen, die CDU-CSU ist die sympathischste Partei und ich kann mir nicht vorstellen, eine andere zu wählen. Die sagen also CDU und nichts anderes. Die mittelgraue Fläche, das sind diejenigen, die die CDU an die erste Stelle legen, auf Nachfrage aber sagen, ich könnte mir auch vorstellen, die an zweite Stelle gelegte Partei zu wählen. Das sind diejenigen, die wir die Randwähler nennen. Die sind also bei der CDU, aber die können auch abwandern. Und dann haben wir die helle Fläche, das sind die potenziellen Zuwanderer, die sagen, die CDU ist nicht meine sympathische Partei, sondern ich lege sie an die zweite Stelle, könnte mir aber vorstellen, sie auch zu wählen. Also das ist, ja, das sind diejenigen, die nicht bei der CDU sind, die aber für die CDU erreichbar sind. Bei der Leserschaftsforschung würde man vom weitesten Leserkreis sprechen. Zusammengenommen bilden die das Gesamtpotenzial der Partei, also den weitesten Kreis derer, den sie erreichen können. Und was sie hier sehen ist, dass der gar nicht so geschrumpft ist bei der CDU. Bei der SPD ist er etwas mehr geschrumpft, aber auch das Muster ist im Grunde das Gleiche. Das waren 1974 so ungefähr 47 Prozent und 2021 waren es, glaube ich, 45. Ja, also kaum weniger, die sagen, ich könnte mir vorstellen, die CDU zu wählen. Aber der Anteil derer, die sagen, ich weiß, dass ich die wähle und es kommt keine Partei, andere Partei in Frage, der Anteil hat sich halbiert. Und das heißt, dass es für die Volksparteien jedes Mal schwerer wird, dieses Potenzial zu mobilisieren, denn es ist nicht mehr selbstverständlich da. Dieser Grundstock von Wählern ist weg. Ja, und dann ist sozusagen, wenn man wissen will, warum die Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, dann gibt es einen Punkt, der sozusagen den größten Teil erklärt, ja. Und das ist das Thema Einigkeit. Fast jeden Monat stellen wir die Frage, glauben Sie, dass die CDU, CSU, glauben Sie, dass die SPD, im Großen und Ganzen einig oder zerstritten ist? Und das sehen Sie hier das Ergebnis für das Wahljahr 2021. Und der Anteil derjenigen, die sagten, ich glaube, dass die CDU, CSU einig ist, lag die meiste Zeit bei unter 20 Prozent. Also normal sind so Werte um 40 oder sowas, ja. Und entsprechend zerstritten war, hoch ist jetzt hier nicht abgetragen, aber ist sozusagen weit mehr als einig. Das heißt, die Bevölkerung war der Überzeugung, die Unionsparteien sind zerstritten und sie war es praktisch den ganzen Wahlkampf über. Und wir alle haben vor Augen, welche Dinge da eine Rolle gespielt haben, ja, die Wahlen des Parteivorsitzenden, dann die Auseinandersetzung zwischen Laschet und Söder. Also da gibt gute Gründe, warum man den Eindruck gewinnen konnte, die Unionsparteien waren zerstritten. Warum ist das für die Wahl eine besonders aufschlussreiche Information? Weil es in der Geschichte der Sozialwissenschaften oder der Wahlforschung wahrscheinlich keinen gefestigteren, solideren Befund gibt, als den, dass wenn eine Volkspartei zerstritten ist, ihr die Wähler davon laufen. Und Sie sehen hier als dunkle Linie den Anteil der Zweitstimmenwahlabsicht. Der schwankt natürlich weniger als der Anteil derer, die sagen, man ist zerstritten. Aber man kann das mathematisch ausdrücken mit einer sogenannten Korrelation. Das ist ein Maß, das angibt, wie sehr diese Linien parallel verlaufen, mathematisch betrachtet. Und so eine Korrelation kann von minus eins bis plus eins schwanken. Minus eins heißt, sie sind total gegenläufig. Ja, wenn die eine steigt, sinkt die andere. Plus eins bedeutet, sie liegen praktisch aufeinander und null würde bedeuten, sie haben nichts miteinander zu tun. Und man kriegt hier einen Wert von 0,85. Viel höher geht es in den Sozialwissenschaften nicht. Das ist eine außerordentlich hohe Übereinstimmung. Das heißt, in dem Augenblick, wo eine Partei als zerstritten gilt, verliert sie Wähler. Und das sehen Sie mit umgekehrten Vorzeichen jetzt für dieses Wahljahr bei der SPD. Da haben Sie wieder den Anteil derer, die sagen, die SPD ist einig. Traditionell gilt die SPD als zerstrittener als die CDU, CSU. Aber im Verlauf des Jahres vom Frühsommer an stieg der Anteil derer, die sagten, die SPD ist einig. Die haben ja ihre Streitigkeiten vor zwei Jahren schon ausgetragen. Deutlich an und parallel dazu auch die Wahlabsicht SPD. Und da ist die Korrelation bei 0,95. Da muss ich zweimal nachrechnen, um zu gucken, ob ich mich nicht vertan hatte, weil solche Werte gibt es sonst eigentlich gar nicht. Also das ist das Wichtigste sozusagen für Strategen von Parteien, das zu wissen. Und das war ja nicht nur bei dieser Wahl so. Ja, also da haben sie das Ganze für die Jahre 2013 bis 2020. Ich erinnere mich, dass ich das vor der Konrad-Adenauer-Stiftung Anfang 2017 vorgetragen habe, mit den damals aktuellen Zahlen. Den guckten die mich mit großen Augen an und fragten mich, weiß das auch der Seehofer? Er wusste es. Von da an ungefähr verhielt er sich entsprechend, nicht wegen meiner Umfrage, sondern weil er es sicherlich wusste. Herr Söder weiß es anscheinend nicht. Hier haben wir das gleiche mit der SPD wiederum für die gleiche Zeitspanne. Ich kann Ihnen das auch für die 90er Jahre zeigen. Für die 70er und 80er Jahre, das ist schwer zu sehen, aber vielleicht glauben Sie es mir einfach, diese Linien liegen seit den 70er Jahren spätestens. Also gerade auf wundersamer Weise aufeinander. Und wenn man sich dermaßen streitet, wie es die Unionsparteien getan haben, dann darf man sich nicht wundern, wenn man die Wahl verliert. Ganz kurz noch, wie war es nach der Wahl? Es hat sich bestätigt, dass die Bereitschaft zu wechseln, dass die Bindung an die Parteien nochmal abgenommen hat. Ich habe Ihnen eben mal die Grafik gezeigt. Wissen Sie schon, wen Sie wählen werden von einem Monat vor der Wahl? Jetzt kriegen Sie das Ergebnis einer Frage, die wir unmittelbar nach der Wahl gestellt haben, an diejenigen, die wählen gegangen sind. Wann haben Sie sich denn entschieden? Und die dunklen Säulen zeigen den Anteil derer, die sagen, ich habe mich schon viele Wochen vor der Wahl entschieden. Der ist ziemlich kontinuierlich rückläufig, spätestens seit 20 Jahren. Und dafür ist auf einen nochmal etwas höheren Wert als letztes Mal der Anteil derer gestiegen, die sagen, ich habe mich erst später als in den letzten Wochen vor der Wahl entschieden. Also Hinweis darauf, dass der Trend sich fortgesetzt hat, wo ich eben noch gesagt habe, naja, vielleicht hat es nicht so zugenommen, aber ein bisschen dann wohl doch. Und wenn man fragt, wie zufrieden sind Sie mit dem Wahlergebnis? Dann kriegt man so lauwarme Werte. Da sagen dann 31 Prozent, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. 46 Prozent sagen, ich bin nicht zufrieden. Das ist so im Mittelwert dessen, was man früher hatte. Das heißt, das Ergebnis war ja auch kompliziert. Und wir hatten ja nun bekanntlich komplizierte und langwierige Koalitionsverhandlungen, wenn auch nicht so kompliziert wie beim letzten Mal. Es regieren jetzt drei Parteien, die eigentlich nicht besonders gut zusammenpassen und das auch wissen. Und deren Anhänger wissen das auch. Also da ist so eine, naja, es gibt keinen großen Ärger, es gibt keine große Unzufriedenheit, aber es gibt auch keine besonders große Zufriedenheit. Erneut für die Regierung ist das gut, denn die Bevölkerung setzt keine großen Erwartungen in sie, sondern ist einigermaßen halbwegs, also wird einigermaßen zufrieden sein, wenn die Regierung sie eher positiv überrascht. Negativ überraschen kann sie natürlich auch, aber nicht so sehr wie jemand, der mit Hurra ins Amt gewählt worden ist. Ähnliches ist die Wahl gut für Deutschland. 31 Prozent sagen gut, 25 Prozent sagen nicht gut, 24 Prozent sagen, da wird sich nicht viel ändern, der Rest ist unentschieden. Das sind die Ergebnisse, die Umfrageforscher fürchten. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das sind die gefürchten 30, 30, 40 Ergebnisse. 30 dafür, 30 dagegen, 40 weiß nicht. Also die Bevölkerung, so orientierungslos die vor der Wahl war, so orientierungslos ist sie auch nach der Wahl. So, das, glaube ich, war es und ich bedanke mich. Ja, herzlichen Dank, Herr Pedersen. Das war ein sehr spannendes Feuerwerk von Grafiken mit entsprechenden Daten. Und wir haben auch hier schon eine ganze Reihe von Fragen, die ich dann sehr gerne stelle. Sie haben ja am Anfang auch einige methodische Bemerkungen gemacht. Und die erste Bemerkung, die mich auch etwas überrascht hat, war, dass Sie diese tausend Personen, die Sie befragen, von Monat zu Monat quasi austauschen. Vielleicht erläutern Sie doch noch mal, warum tauscht Sie die aus? Warum befragen Sie nicht dieselben tausend Personen von Monat zu Monat? Also es gibt beide Methoden. Es gibt auch die sogenannte Panel-Methode, bei der man immer dieselben Menschen wieder befragt. Die kann ungeheuer aufschlussreich sein, weil sie auf diese Weise Meinungswechsel verfolgen können. Aber solche Panels sind, wenn man sie etwas länger fortführt, nicht so genau, wie wenn ich immer eine frische Stichprobe ziehe. Menschen gewöhnen sich an die Befragerei. Das ist noch das geringere Problem. Dann gibt es die sogenannte Panel-Mortalität. Das heißt, ich will ja repräsentativ für die Gesamtbevölkerung bleiben und irgendwann habe ich keine 16-Jährigen mehr. Und oben fallen welche raus. Also ich muss sowieso immer nachrekrutieren. Also die Panel-Methode ist auch ziemlich aufwendig und am Ende nicht ganz so repräsentativ, wie wenn man frische Stichproben zieht. Und deswegen für Wahlumfragen ist eine immer wieder neu frisch gezogene Stichprobe das Bessere. Für bestimmte Analyseverfahren ist die Panel-Methode fortzuziehen. Man muss manchmal beides tun. Gut. Es gab hier auch einige methodische Fragen auf dem Chat. Erstmal vielen Dank an alle, die die Fragen gestellt haben. Finde ich toll. Und hier ist eine Frage. Was halten Sie von nicht repräsentativen Datenerhebungen mit anschließender Nachgewichtung? Zum Beispiel den C-Way-Studien. C-Way ist ein Speziellfall, den ich, wenn der Zuhörer es mir erlaubt, ausnehmen möchte, weil ich jetzt ungern sozusagen auf einzelnen anderen Methoden herumtrampeln möchte. Generell muss man sagen, erstens und zweitens. Erstens, auch wir müssen gewichten. Was ich beschrieben habe, war natürlich nur in ganz, ganz groben Zügen. Und keine Stichprobe ist perfekt. Und man kommt eigentlich nie aus, ohne dass man die Stichprobe hinterher noch etwas angleicht. Was heißt das? Ich stelle fest, ich habe zu wenig unter 30-Jähriger. Ja, es müssten eigentlich 17 Prozent sein. Ich habe aber nur 15. Und dann rechne ich die 15 eben so, als wären sie 17. Das heißt, jeder geht ein bisschen mehr ins Ergebnis ein. Das ist bis zum gewissen Grad umvermeidlich. Und je nachdem, welche Methode ich anwende, muss man das mal mehr, mal weniger machen. Bei Telefonumfragen ist es schlimmer als bei Persönlichen. Bei Online ist es auf eine andere Weise problematisch. Da hat man dann immer viel zu wenig Ältere und die sind auch untypisch und so. Da kann man sehr ins Detail gehen. Also die Gewichtung als solche ist nicht unbedingt falsch. Die Frage ist nur, wie verzerrt ist die Ausgangsstichprobe? Weil ich, wenn ich so wüst gewichten muss, dass nachher Leute irgendwie Riesengewichte kriegen, dann also die Gewichtung gleicht den Fehler nicht wirklich aus. Sie hilft nur ein bisschen, ihn zu verringern. Also da gibt es Grenzen. Entschuldigung, wenn ich den einen Satz noch ergänzen darf. Abgesehen davon habe ich nichts gegen jedwede Methode. Ich bin auch immer ein Advokat der Cafeteria-Forschung. Ja, wenn ein Psychologe an der Universität A kein Geld und B keine Zeit hat, was macht er? Er geht in die Cafeteria und befragt 15 Erstsemester. Finde ich vollkommen in Ordnung, solange man nur nicht so tut, als hätte man damit eine repräsentative Untersuchung. Man muss einfach immer die Möglichkeiten und die Grenzen seiner Methode kennen. Ich finde, man kann fast alles machen. Man muss es nur dann sozusagen beschreiben und dann entsprechend interpretieren. Also hier ist eine Frage genau auch in dem Zusammenhang. Wieso setzt Allensbach auf persönliche Befragungen, obwohl es heute technisch einfachere und kostengünstigere Möglichkeiten der Datenerhebung gibt? Also wir machen alles. Man muss nur wissen, was wozu am besten geeignet ist. Und die persönlichen Interviews, übrigens so kostengünstiger ist das online und auf eine Weise gar nicht, aber das am Rande. Die persönlichen Interviews haben einen ganz großen entscheidenden oder zwei Vorteile eigentlich. Der eine ist, dass man viel mehr und viel komplexere Fragen stellen kann. Also sie können, kann man theoretisch auch online, aber praktisch funktioniert es eben dann nicht, weil die Leute das selbst entscheiden. Wenn da ein Interviewer in der Küche sitzt und einem Bilder zeigt und Listen mit Aussagen und Karten, die man sortieren kann mit Aussagen und ähnliche Dinge, da kann ich wesentlich komplexere und wesentlich gründlichere Ermittlungen. Ich kann längere Texte vorlesen und ähnliche Dinge. Also die Fragebogen technischen Möglichkeiten sind viel breiter. Und die Leute sind auch geduldiger. Bei online klicken sie schneller weg. Und dann, das haben wir gerade bei der Bundestagswahl gesehen, gibt es bei online auch nach wie vor, also gut, ganz kurz noch, dann gibt es noch die Telefonmethode, die lange Zeit ja propagiert wurde. Die ist bei regionalen Studien wichtig. Ich mache jetzt gerade eine im Landkreis Konstanz. Da muss man ein Telefon machen, weil man sonst die Infrastruktur gar nicht hätte. Aber da sind sie sehr begrenzt mit den Fragemöglichkeiten. Allein schon die Verständigung und die Kürze. Online, da gibt es auch immer noch Stichprobenprobleme. Da habe ich ein großes Selbstselektionsproblem. Das heißt, ich schreibe Leute an und die entscheiden. Und natürlich entscheidet das, wir können ja niemanden zwingen. Aber sozusagen die Bereitschaft, teilzunehmen, das ist ein anderer Menschentyp als derjenige, der das nicht tut. Die Frage dazu. Wenn Sie jetzt die Leute persönlich befragen, die haben Sie ja per Zufall ausgewählt. Können Sie dann durch Ihre persönliche Ansprache sicherstellen, dass diese Leute auch tatsächlich Ihnen Antworten geben, die einigermaßen deren Meinung widerspiegeln? Oder haben Sie dann auch darunter Leute, die sagen, naja, jetzt will da jemand was von mir wissen, ich will es eigentlich nicht sagen. Und dass sie dann irgendwie abgewimmelt werden? Wie viel Zeit haben Sie? Darüber könnte ich jetzt viel sagen. Natürlich wird man abgewimmelt, wenn die Leute was nicht sagen wollen. Und manchmal sind es auch bestimmte Leute, die einen abwimmeln. Kann auch bei Wahlumfragen übrigens ein Problem sein, wenn sich die Wähler einer bestimmten Partei schämen, das zuzugeben. Die nehmen dann weniger an Umfragen teil. Aber das kann man auch messen. Also da gibt es Fragetechniken, mit denen man da, wir können mit den richtigen Techniken zum Teil bis ins Unbewusste der Befragten vordringen. Manchmal wissen wir besser, was sie denken und fühlen, als sie selbst. Okay. Eine der Fragen, die hier auch anknüpft, ist, wenn Sie jetzt deutliche Diskrepanzen sehen zwischen einer Umfrage kurz vor der Wahl und dem Wahlergebnis selbst, ist das auch ein Indiz dafür, dass möglicherweise die Stichprobe nicht repräsentativ war? Das kann sein. Also dann hätten wir ein Problem. Und dann müssen wir gucken, was los war. Das ist... Und wenn dann die Stichprobe nicht in Ordnung war und wir kriegen das raus, dann bin ich zufrieden, weil dann haben wir das Problem erkannt. Problematisch ist es, wenn man den Fehler nicht findet. Aber genau darum machen wir es. Also sie messen das, sie merken plötzlich... Moment mal, also gestern ist... Nicht irgendwie der Skandal rauszukommen, dass der Kanzlerkandidat X nachts rosa Kaninchen quält. Es ist nichts passiert. Trotzdem haben wir ein völlig anderes Ergebnis. Was ist da los? Und dann beginnt die Suche. Dann müsste man natürlich gucken. Ich erinnere mich an einen Fall, wo wir das hatten. Das war 2005. Und da haben wir den Fehler nicht gefunden. Es hat sich zum Glück nicht wiederholt. Ich könnte darüber spekulieren, was da los war. Aber es hat dann in der Tat nicht zu methodischen Konsequenzen geführt, was unbefriedigend ist. Sie haben ja in einer früheren Veröffentlichung, die Sie mir ja freundlicherweise zugestellt haben, gesagt, dass bei der Wahl 2017 die Wahlprognosen relativ große Fehler aufgewiesen haben und dass das natürlich wenig befriedigend ist. Gibt es da irgendwie eine nachträgliche Erklärung, warum es 2017 zu relativ großen Divergenzen gekommen ist? Ja. Da gibt es zumindest eine starke Wahrscheinlichkeit. Da hatten wir eine Dynamik, die anders als dieses Mal sich fortsetzte. Also wir haben hier den... Ich habe es Ihnen eben gezeigt. Wir haben diesen Aufstieg der SPD. Der endet aber bei der vorletzten Umfrage und dann bleibt es sozusagen auf dem Niveau. Wir haben 2017 zwei Tendenzen gehabt und zwar seit August. Also vor der Wahl hat man eine höhere Schlagzahl. Da macht man es dann so ungefähr wöchentlich. Und da konnten wir sehen, dass die CDU langsam verlor und die AfD langsam anstieg. Und wenn man sozusagen die Messpunkte nahm, ich mache das mal optisch, ja. CDU, der Abstand ist größer, CDU, AfD. Und die gehen immer so weiter. So und jetzt machen Sie die letzten Interviews drei, vier Tage vor dem Wahltermin. Da können Sie sich ausmalen, wie sich das weiterentwickelt. Aber auch dieses Mal haben wir überlegt. Es gab eine Sache, nämlich bei den Sonstigen, wo wir überlegt haben, na, weisen wir jetzt wirklich eins zu eins das aus, was wir gemessen haben. Oder machen wir sozusagen eine gedankliche Projektion. Das ist ja eine spannende Frage. Und sagen, wir sehen hier den Trend und es müsste sich eigentlich fortsetzen und wir müssen eigentlich der AfD noch ein Prozent zugeben und der CDU eins wegnehmen. Und wir haben uns damals dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, und meiner Ansicht auch richtigerweise, wir fangen nicht an, wüst zu spekulieren. Wir sind keine Modellierer. Wir veröffentlichen, was wir messen. Gut, das ist aber eine sehr klare Position, die Sie vertreten, dass Sie sagen, wir wollen keine Prognose machen für die Wahl, sondern wir wollen einfach den Status Quo, so wie wir ihn gesehen haben, publizieren. Naja, wir nennen es schon Prognose und das heißt auch nicht, dass wir überhaupt nicht eingreifen. Wie gesagt, die Gewichtung kann zum Beispiel einiges bewirken. Also es muss nur in den Daten selbst drin sein. Ich kann nicht sagen, ich vermute, dass es so und so weiter geht und nächstes Mal werden wir wahrscheinlich das messen. Kann sein, ist sogar wahrscheinlich, aber wir haben es nicht gemessen. Ja, also und deswegen ist es so, es muss in den jetzt zuletzt ermittelten Daten selbst drin sein. Der Rest ist Spekulationen und das vermeiden. Das ist natürlich eine sehr ehrliche Story, wenn Sie sagen, okay, das und das haben wir in der Befragung rausgekriegt und Sie sagen, okay, wir machen jetzt nicht eine Extrapolation nach irgendwelchen Trendmethoden, weil uns das zu spekulativ ist. Dann ist es eine sehr klare Aussage. Was keine Aussage gegen solche Extrapolationen, Voraussagen, das Wort überfordert mich gerade. Generell ist, ja, manche mögen das tun und ich bin nicht dagegen. Nur, ich sehe darin nicht unsere Hauptaufgabe und offengestanden, relativ schlecht heißt dann zwei Prozentpunkte neben dem Ergebnis. Also auch das war methodisch noch halbwegs befriedigend und in aller Regel kommt es auf zwei Prozent nicht an. Das ist bei Wahlen, sehen Sie dumm aus, ja, wenn Sie die FDP, wie wir es mal hatten, bei 5,5 Prozent melden und Sie kriegen 4,8. Da haben Sie richtig gemessen, aber Sie haben natürlich politisch sozusagen völlig anderes Ergebnis erzeugt, denn stehen Sie in der Öffentlichkeit dumm da. Aber das darf uns nicht kümmern. Also ich bin zufrieden, wenn es im Rahmen dessen ist, was die Methode theoretisch zu leisten imstande ist. Können wir dann auch mal testen, einmal mit tausend Leuten und mal ein anderes Mal mit zweitausend Leuten, wie groß die Divergenzen sind. Bewegt sich das in dem, was wir statistisch erwarten würden dann bei solchen Vergleichen? Ja, das ist ja statistisch leicht auszurechnen. Ja, eben. Rein theoretisch ist dann die sogenannte Fehlertoleranz, ich sag immer, wie ein Fotoapparat, den man nie ganz scharf stellen kann. Diese Unschärfe, die man da hat, die beträgt bei tausend Befragten zwei Prozentpunkte oder zweieinhalb irgendwie, je nachdem auch was rauskommt, hängt ein bisschen davon ab, ob es zehn Prozent oder fünfzig. Und bei zweitausend Befragten sind es dann ein 1,8 Prozentpunkte oder sowas. Also das ist, diese Fehlertoleranzen werden kleiner und das ist auch so. Also das kann man sehen. Also das ist im Rahmen der statistischen Erwartung. Ich habe vor Jahren mal empirische Fehlertoleranzen berechnet. Ich habe 100 Umfragen zusammengenommen und geguckt, wie streuen die tatsächlich. Und sie streuen etwas größer, als es die Theorie ist, weil keine Umfrage ist, natürlich kann den Zufall perfekt abbilden. Aber es ist also relativ etwas größer, aber nicht grundlegend. Hier in dem Zusammenhang auch so ein bisschen jetzt Richtung USA die Frage, wie beeinflusst die Entwicklung, dass immer mehr Menschen per Brief wählen, ihre Arbeit als Demoskop? Sehr interessante Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Die gehört zu den vielen Unwägbarkeiten, die wir beobachten müssen. In der Tat mittlerweile, also es waren jetzt vor Corona waren es schon, ich glaube über ein Viertel, die per Brief wählen. Und diesmal, ich habe gar nicht nachgeguckt, aber mindestens ein Drittel. Tendenz zunehmend. Das wäre dann ein Problem, oder das würde dann ein Problem, wenn es eines Tages so wäre, dass auch sehr viele Briefwähler früh wählen. Das tun sie bisher aber offenbar nicht. Das heißt, die Leute beantragen Briefwahl, wählen aber trotzdem relativ kurz vor dem Wahltermin überwiegend. Sonst würde man irgendwann feststellen, dass in größerem Abstand vor der Wahl ein Großteil von Leuten dann schon wählt. Und dann passiert noch was und die Meinung ändert sich oder das gesellschaftliche Klima ändert sich. Da müsste man in der Tat überlegen, ob man nachher in die Wahlprognose, vielleicht Umfragen von zwei Wochen vorher anteilig einrechnen müsste oder sowas. Also noch ist es nicht so weit und wir sehen es bisher nicht, aber wir haben es im Auge. Okay. Jetzt gehe ich mal etwas in konkretere Fragen rein. Eine Frage, wie erklären Sie sich den Wahlerfolg der FDP bei jungen Menschen? Erstens würde ich da gerne nochmal die repräsentative Wahlstatistik sehen. Es geht so die Zahl herum, dass die FDP bei den unter 30-Jährigen die stärkste Partei geworden sei. Ich muss gestehen, da glaube ich noch nicht so ganz dran. Also das sind unmittelbar nach der Wahl, das geht dann so. Über Nachbefragungen. In unseren Umfragen zeigt sich es auch nicht. Also ich wäre mit der Aussage ein bisschen vorsichtig. Okay. Aber sie ist in der Tat in der jungen Generation relativ stark und vor allem sind die Volksparteien bei der jungen Generation schwächer. Da sehen Sie im Grunde die Ankündigung dessen, was ich hier auch mitgezeigt habe. Ich vermute, ich mache keine Voraussagen, jetzt mache ich doch eine. Ich vermute, dass wir niederländischen Verhältnissen entgegen gehen. Dass wir also eine Situation haben, in der wir fünf, sechs, sieben Parteien haben, die alle mehr oder weniger gleich groß sind. Und je nach politischem Klima ist mal die eine stärker und mal die andere. Wenn ich gerade dieses Stichwort Volkspartei aufgreifen darf. Ich selbst habe also vor der Wahl einen langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten dann in einer Diskussion gefragt, welches Profil hat die CDU? Und dann sagte er, wir sind eine Volkspartei. Und da war natürlich für mich klar, da muss ich den Herrn Petersen fragen, würde er als Demoskop einem Bundestagsabgeordneten eine solche Antwort empfehlen? Nein. Die richtige Antwort wäre natürlich gewesen, sinngemäß, ich muss jetzt händliche Werbung für die Union entwickeln, aber wir sind die Partei, die für Sicherheit in diesem Land sorgt und dass die Wirtschaft gut läuft und dass man nachts gut schlafen kann. Ja, also solche Dinge. Es gibt traditionelle Stärken, die die Bevölkerung der CDU zuschreibt und die schreibt sich auch heute noch zu. Ja, ja, ja. Gut. Eine auch längerfristig und das Panic-Feature ist ausgestaltet. Hier, was ist das denn für eine komische Sache hier? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht hier. Jetzt soll ich ein Panic-Feature installieren. Später drücke ich mal hier drauf. Aber das ist mir jetzt schleierhaft, wieso jetzt die ganzen Fragen hier plötzlich verschwunden sind. Ich gehe nochmal in den Chatwall rein. Also hier habe ich jetzt... Ah, jetzt kommen die Fragen doch wieder. Das ist berührend. Verschiedene Fragen gehen jetzt auf die Kandidatenprofile ein. Welche Rolle spielte die öffentliche Wahrnehmung der Kandidaten, das Persönlichkeitsprofil in den letzten zwei Monaten vor der Wahl? Und da gab es eine andere Frage, die damit sehr eng zusammenhängt. Die brauche ich also eigentlich gar nicht extra zu berichten. Also diese persönliche Wahrnehmung der Kandidaten, das hat ja nach Volksmund sehr stark auch diese Verschiebung von der CDU zur SPD und auch von den Grünen zur SPD getrieben. Würden Sie das so unterstreichen? Ich kann es nicht mit überzeugenden Daten untermauern. Was man sehen kann, ist, dass Laschet anfangs natürlich in der Situation war, dass er ein Landespolitiker war und der Bevölkerung nicht besonders bekannt. Und die Bevölkerung hatte nichts gegen ihn. Er hatte gar keine so schlechten Werte, aber auch keine besonders guten, sondern die meisten sparten sich das Urteil sozusagen noch auf. Und das ist ihm offensichtlich nicht gelungen, in der Öffentlichkeit irgendwie als besonders kräftig wahrgenommen zu werden, sodass die Bevölkerung das Gefühl hatte, dem traue ich zu Bundeskanzler zu werden. Und ich habe es gezeigt, auch die Werte der anderen, also Frau Baerbock sowieso nicht, aber auch Scholz hatte ja keine so riesig überzeugenden Werte. Aber der immerhin war der Bevölkerung etwas vertrauter. Und gab ihm anscheinend eher das Gefühl, dass man ihm das Regieren zutraut, als es Laschet konnte. Also das Profil der Kandidaten spielt immer eine gewisse Rolle. Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass es diesmal fast eher eine weniger starke Wahl als bei früheren Wahlen. Okay. Ja, 1998 Schröder, der große Charismatiker. Ja, das waren in einer anderen Weise Persönlichkeitswahlen als diese. Darf ich da eine Frage nachschieben? Und zwar, Sie haben selbst in einer früheren Veröffentlichung mal gesagt, dass der Einfluss der Medien sich im Zeitablauf erheblich verändert hat. Sie sagen, in einem Medium fanden Sie früher vielleicht doppelt so viele negative wie positive Nachrichten, während heute entfallen auf eine positive Nachricht im Schnitt vielleicht fünf negative Nachrichten. Man würde sich ja vorstellen, also ich habe das auch selbst gesehen in den Nachrichten, wenn diese Asymmetrie in positiv und negativ sich so verstärkt, dann trifft sie natürlich vielleicht besonders einen Armin Laschet, der immer wieder im Fernsehen gezeigt wurde mit seinem witzigen Grinsen da im Ahrtal. Hat ihm das sozusagen jetzt, weil die Medien das auch so besonders hervorheben mit Begeisterung, besonders geschadet? Und bei Frau Baerbock war es natürlich auch so, dass da diese Kritik sehr stark war, dass sie also ihren Lebenslauf sozusagen sehr geschönt hat. Also werden diese Politiker heute, wenn sie sich bewerben, stärker abgestraft von den Medien, weil die negativen Nachrichten so viel stärker in den Vordergrund rücken? Das glaube ich nicht. Das sind zwei verschiedene Baustellen. Also ohne Zweifel hat Laschet das Bild vom Lachen da am Rande der Trauerveranstaltung geschadet und ohne Zweifel hat Frau Baerbock die Geschichte mit ihrem Buch geschadet. Also das ist, glaube ich, daran besteht kein Zweifel. Das hätte ihnen aber auch in anderen Zeiten geschadet. Auch diese Tendenz zum weiten Überwiegen der Negativberichterstattung hat wahrscheinlich ihren Höhepunkt in den 90er, vielleicht frühen 2000er Jahren gehabt. Ich habe keine ganz frischen Zahlen. Wir müssen uns dringend mal wieder darum kümmern. Das kann ich ja nicht erfragen. Da brauche ich Inhaltsanalysen. Da muss ich mit Kommunikationsforschern zusammenarbeiten. Würden wir heute das Thema Politikverdraßenheit haben, dann würde ich ausführlicher darüber reden. Denn ich halte das für eine der wesentlichen Quellen jener verächtlichen Attitüde gegenüber Politik und Politikern, auf denen dann populistische Bewegungen sich entstehen. Und wenn sich heute Journalisten wundern, warum da plötzlich Leute so verächtlich auf sie und die Politik gucken, dann sollten sie sich mal ihre eigene Berichterstattung von vor 20 Jahren angucken. Das ist nämlich lange vorbereitet worden. Also das ist in der Tat meiner Ansicht nach ein wichtiges Thema. Hat aber bei dieser Wahl, glaube ich, keine Rolle gespielt. Okay. Jetzt kommt noch eine methodische Frage rein. Wie können Sie bei persönlichen Interviews unehrliches Antwortverhalten vermeiden? Ich will es mal ergänzen, vermeiden oder erkennen, sodass Sie dann möglicherweise da eine Korrektur einbauen können. Kann man das, wenn man dem Befragten oder der Befragten persönlich gegenüber sitzt, relativ gut managen? Also glücklicherweise, das wird oft vermutet, glücklicherweise lügen die Befragten viel weniger, als man annehmen möchte. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, dass Lügen nämlich anstrengend ist. Okay. Sie stellen ja nicht nur eine Frage, sondern Sie stellen viele Fragen. Okay. Und wenn Sie einmal irgendwie einen Blödsinn erzählt haben, dann müssen Sie dabei bleiben. Das ist kognitiv wahnsinnig anstrengend. Also es gibt bestimmte Themen, bestimmte heikle Themen, da müssen Sie mit einem gewissen Grad unehrliche Antworten rechnen. Der Klassiker ist immer der Alkoholkonsum. Ja. Also Sie kriegen die Angaben der Befragten über Ihren Alkoholkonsum nicht mit den Absatzteilen der Brauereien in Einklang. Okay. Aber das sind im Grunde Ausnahmefälle. Selbst auch sowas wie Wahlen, auch zum Teil ziemlich intime, private Geschichten, kann man glücklicherweise relativ gut abfragen, ohne dass die Leute einem sozusagen den Schoß voll lügen, weil, wie gesagt, das Lügen anstrengend ist. Und glücklicherweise, selbst wenn es da einen gewissen Anteil gibt, wenn Ihnen 10% Leute irgendeinem Blödsinn erzählen, dann erzählen Sie erstens nicht immer den gleichen Blödsinn. Und zweitens kommt es auf ein paar Prozentpunkte in der Regel nicht an, sondern Sie wollen verschiedene Gruppen erkennen und bilden und deren Verhalten beobachten. Das heißt, eine gewisse Unschärfe kann man einkalkulieren. Es gibt auch Lügentests. Gelegentlich haben wir schon mal nach Dingen gefragt, die es nicht gibt und sowas. Also die Bekanntheit des Oltes Fuhlstein liegt bei ungefähr 5%, den es nicht gibt. Wir nennen das die Nonsensgrenze. Sie haben immer so ungefähr 5% der Bevölkerung, die eine Meinung zu allem äußern. Das beeinflusst aber glücklicherweise die Gesamtergebnisse. Nicht nennenswert. Na gut, wenn Sie sozusagen eine gaussische Fehlerkurve haben und der Mittelwert liegt etwa bei 0, dann stört Sie es natürlich insgesamt relativ wenig. Genau. Die andere Frage hier, die auch kommt, ist eher eine auch längerfristige Frage. Gibt es irgendwie klare Befunde dazu, wenn eine Partei vor der Wahl irgendetwas verspricht und hinterher das dann doch nicht hält, dass sie dann doch bei der folgenden Wahl dafür abgestraft wird? Kann ich nicht sehen. Die Einstellung sozusagen zu Wahlversprechen und dem Bruch von Wahlversprechen scheint mir eher eine verbreitete Attitüde zu sein als etwas, was sozusagen eine Spiegelung in der Realität hat. Ich habe vor einigen Jahren, da war ich gerade eine Untersuchung zu dem Thema gemacht. Da haben wir bei der vorletzten Bundesregierung noch, kurz vor 2017 glaube ich war das, haben wir gegen Ende der Legislaturperiode den Befragten 20 Wahlversprechen vorgeführt und haben gefragt, was glauben Sie, welche dieser Wahlversprechen wurden gehalten? Und ursprünglich hatten wir geplant, dass wir so ein Teil gehaltener und geteilter, nicht gehaltener vorführen wollen. Das konnten wir dann nicht, weil wir praktisch kein Wahlversprechen fanden, das die Politik nicht umgesetzt hatte. Die haben sich nämlich eifrigst bemüht, weil Regierungen kennen ja diese Anwürfe. Die versprechen das Blaue vom Himmel und dann machen sie ja doch, was sie wollen. Und um sich dem nicht auszusetzen, reißen sie sich schier die Beine aus, um ihre Wahlversprechen auch wirklich zu verwirklichen. Und ich glaube, es gab ein einziges, was nicht verwirklicht wurde. Da gab es aber gute verständliche Gründe dafür. Also kurzum, diese Wahlversprechen wurden alle gehalten. Da haben wir abgefragt, welche wurden gehalten und verkürzte Antwort der Bevölkerung. Also wenn nicht Mehrheiten, dann doch aber erhebliche Minderheiten sagten bei all diesen Punkten, nö, das haben sie nicht gehalten. Also von der Realität lässt sich die Bevölkerung oft nicht besonders beeindrucken. Wir haben ja jetzt eine sehr spannende Phase, weil ja der Klimawandel bis 2030 so und so viel Prozent CO2 einsparen soll. Und viele sagen, es geht überhaupt nicht. Und von daher hat man ja fast das Gefühl, als ob hier die Bundesregierung fast mit Sicherheit in eine Situation reinlaufen muss, wo sie diese Versprechen einfach nicht umsetzen kann. Und dann wird natürlich die Frage sein, muss sie dann mit einer Abstrafung rechnen oder sagen die Leute, naja gut, das war einfach zu hoch gehängt, das Ziel? Also das werden wir sehen. Also klar, je vollmundiger ich in einen Wahlkampf reingehe, je höher und fairer die Versprechungen sind. Das habe ich ja auch eben angedeutet mit Obama. Ja. Je größer die Erwartungen sind, umso größer ist das Potenzial zu enttäuschen. Bei dem Thema bin ich mir nicht sicher, ob die Erwartungen wirklich so groß sind, wie sie in den Medien verbreitet werden. Also für die Bevölkerung, die Echoten, das zwar brav, wenn man fragt, was ist das für ein wichtiges Thema, aber es bewegt sie nicht so sehr, wie es die Journalisten bewegt. Okay. In dem Zusammenhang mit dieser Nachwahlentwicklung fand ich heute im Radio eine Mitteilung interessant, dass die SPD ungefähr bei 400.000 eingeschriebenen Mitgliedern liegt, dass aber nach der Wahl, so wurde es behauptet, 22.000 Mitglieder weggegangen sind und nur 12.000 hinzugekommen sind. Und das hat mich dann doch sehr überrascht. Vielleicht haben Sie aber irgendwie eine plausible Story dafür. Also ich habe nur eine Vermutung, wie viele von denen sind weggegangen und wie viele sind gestorben. Die SPD-Mitgliedschaft ist, wie die der CDU im Übrigen auch, ziemlich überaltert. Okay, das könnte natürlich sein. Die SPD schrumpft seit Jahrzehnten, also noch stärker als ihre Wahlergebnisse. Die hatte ja um 1990, hatten sie glaube ich noch eine Million Mitglieder. Und jetzt sind sie bei 400.000. Also den Strukturwandel sieht man auch bei der Mitgliederzahl. Das sind immer noch, ich meine immerhin ja, 400.000 ist eine Menge. Damit ist sie soweit ich weiß, die Mitgliederstärkste Partei, wenn ich CDU und CDU so getrennt rechne. Aber der langjährige Abwärtstrend, der zum Teil wahrscheinlich einfach demografisch bedingt ist, der wird sich so ohne weiteres natürlich durch ein einzelnes Wahlergebnis nicht komplett umdrehen lassen. Okay. Hier ist eine Frage. Lässt sich Ihre Umfrage zur Schicksalswahl, aus der sich eine ruhigere Gesellschaft als etwa 2005 schließen lässt, auch als Beleg dafür sehen, dass die Gesellschaft eben nicht so gespalten ist, wie häufig in Phrasen heute propagiert wird? Falls ja, welcher Zusammenhang könnte bestehen? Jetzt mache ich meine Werbeanveranstaltung. Ich empfehle die Lektüre meines Buches Ende des Aufruhrs, wie die Deutschen mit sich selbst Frieden schlossen. Okay. Da habe ich genau das untersucht. Ich habe es ein paar Mal angedeutet eben. Ich glaube, dass das Verhältnis der Bürger zum Staat sich verändert. Und zwar in einer Art und Weise, dass die Bürger dem Staat gegenüber selbstbewusster sind. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, mit denen man das zeigen kann. So eine Frage wie, glauben Sie, man kann was bewirken? Oder ist es sowieso sinnlos? Der Anteil derer, die das sagen, hat zugenommen. Also die sagen, man kann was bewirken. Ja. Auch die Zahl der ehrenamtlich tätigen hat im Laufe der Jahrzehnte zugenommen. Es gibt eine politikwissenschaftliche Theorie, will nicht zu weit ausholen. Aber in den 50er Jahren gibt es Untersuchungen, wo man dann gesagt hat, die deutsche Gesellschaft sei etwas, was die amerikanischen Forscher da Untertanengesellschaft nannten. Das hat bei uns dann so einen Beiklang, der gar nicht gemeint war, sondern gemeint ist so eine Attitüde, die da oben und wir da unten. Also man ist von der Regierung abhängig, ja, und die da oben machen sowieso, was man wollen, was sie wollen. Aber ich erwarte von der Regierung entweder Befehle oder Dienstleistungen. Aber diese Einstellung, dass ich der Staat bin und dass ich bestimme, wer da regiert und dass ich auch Einfluss darauf nehmen kann, die war nicht verbreitet. Die Leute haben zwar demokratische Parteien gewählt, aber dieses Bewusstsein, dass ich als Bürger der Staat bin in der Demokratie, das muss sich über Generationen erst entwickeln. Und das hat sich aber fortentwickelt. Und damit ist beispielsweise auch, wenn in Anführungsstrichen die Falschen die Wahl gewinnen, es ist nicht mehr so schlimm, weil ich ihnen ja nicht wehrlos ausgeliefert bin. Also das ist interessant, weil das ja auch mit Ihren Umfragen zur Demokratieverständnis zusammenpasst, dass offenbar die positive Attitüde zur Demokratie ja eher sich verbessert hat, die ja zwischendurch mal sehr abgenommen hatte. Nachdem sie sich vorher jahrzehntelang verschlechtert hatte, das muss man auch noch mal sagen. Also es ist nicht so, dass alles gut wäre, aber es fällt nicht ins Bodenlose, wie man es vielleicht vor 15 Jahren noch geglaubt hätte. Wir müssen einmalig zum Schluss kommen, aber es ist natürlich eine vielleicht etwas billige Frage, die ich jetzt stelle. Wenn Sie also jetzt die Parteien beraten, ein halbes Jahr vor der Wahl, wie die Parteien sich aufstellen sollten. Gut, Sie haben einige Hinweise gegeben, das Thema Einigkeit in der Öffentlichkeit. Und das hat der Herr Klingbeil offenbar hervorragend gemanagt. Absolut. Und in der CDU, CSU hatte man fast das Gefühl, dass einige mit einem gewissen Einsatz das Gegenteil angesteuert haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn Sie jetzt als Wahlkampfberater angeheuert würden, kann man dann irgendwie so eine generelle Linie sagen oder geht das nicht? Das ist von Partei zu Partei unterschiedlich natürlich. Hängt von den jeweiligen Stärken und Inhalten ab. Aber wenn es etwas gibt, was für alle Parteien gilt, dann in der Tat das. Man kann sich als Partei streiten wie die Kesselflicker, aber nicht im letzten Jahr vor einer Wahl. Für mich war überraschend, die SPD hat ja klar gesagt, wir wollen keinen der beiden Vorsitzenden zum Kanzlerkandidaten machen. Vermutlich auch aufgrund von Umfragen. Vielleicht haben Sie da auch mitgewirkt. Während bei der CDU, da muss es ähnliche Umfragen gegeben haben. Und trotzdem hat man Herrn Laschet dann dazu gewählt. Und das ist für einen Außenstehenden schlecht zu verstehen. Naja, es gibt ja nicht nur die strategischen Fragen, es gibt natürlich auch die parteiinternen Fragen. Und manchmal streiten sich Parteien auch einfach, weil ihre Mitglieder und Anhänger unterschiedliche Strömungen vertreten. Die SPD kann ein Lied davon singen, aber die Geschichte des deutschen Liberalismus ist davon durchzogen seit 200 Jahren. Und wenn Sie die Geschichte der Grünen betrachten, die haben sich oft mehr gegenseitig bekämpft als den politischen Gegner. Also natürlich gibt es in Parteien Streit. Und je stärker sie weltanschaulich sozusagen verankert sind, umso größer ist das, weswegen die Unionsparteien immer noch vergleichsweise glimpflich davon kamen, weil sie ja von vornherein als Sammlungsbewegung entstanden sind. Aber was man sagen kann, ist, dass es natürlich nicht gut ist, sich so kurz vor einer Wahl zu streiten. Und damit die eigenen Kandidaten zu beschädigen. Aber es hat komischerweise die AfD nach meinem Eindruck nur begrenzt beschädigt. Die AfD ist insofern ein spezieller Fall, als dass das eine Protestpartei ist, die eine bestimmte Menschengruppe anzieht, die diese Partei wählt, weil, ganz erlaubt gesagt, weil denen alles stinkt. Und auch der Streit schadet Streit sicherlich. Also wenn sie streiten, kriegen sie weniger, als wenn sie nicht streiten. Aber da gibt es im Augenblick, und das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, über das man reden muss, einen gesellschaftlichen Grundstock von 10, 15 bis maximal 20 Prozent der Bevölkerung, denen manche Grundstimmungen in der Gesellschaft überhaupt nicht in den Kram passen und die fundamental dagegen sind. Und die auch anfällig sind für Verschwörungstheorien und populistische Kampagnen. Und das ist ein Feld, das die AfD sehr geschickt bespielt hat, trotz aller internen Konflikte. Es ist 43. Wir müssen hier leider Schluss machen. Ich nehme mir aber die Freiheit, Sie nochmal im Sommer zu einem Abendessen einzuladen und Sie mit weiteren Fragen zu löchern, wenn Sie das dann akzeptieren. Sehr gerne. Also insofern, das war sehr schön. Und ich bin auch sehr dankbar allen, die hier noch im Chat Fragen gestellt haben. Das war also sehr hilfreich. Und ich hoffe, dass die meisten Fragen auch geklärt werden konnten. Dass immer gewisse Fragen offen bleiben, liegt in der Natur der Sache. Es wäre ja traurig, wenn es nicht so wäre. Da hätten Sie nichts mehr zu tun. Also von daher brauchen wir immer eine gewisse Ignoranz und eine gewisse Unklarheit. Sie haben das sehr schön gemacht. Ganz herzlichen Dank. Das war toll. Und ich darf jetzt dann auf den Vortrag der nächsten Woche hinweisen. In der nächsten Woche geht es auch um etwas Zauberei. Frau Kempfert vom Deutschen Institut für Wissenschaft wird sprechen zum Thema Mondays for Future. Wie wir drei Krisen mit einer Klappe schlagen können. Wirtschaftskrise, Energiekrise, Klimakrise. Also wir werden eine perfekte Welt haben. Insofern können wir uns alle darauf freuen. Dazu laden wir Sie natürlich auch herzlich ein. Ich darf jetzt noch mal alle bitten, auch sich bei der Befragung, die Sie online bitte beantworten können, zu engagieren. Für uns ist das sehr hilfreich. Und bevor wir jetzt abschalten, habe ich hier einen Hinweis, dass Frau Jemmy Lee und Herr Stephan vom Unitheater noch einmal ganz kurz auf die Bühne kommen wollen. Und das werden die tun. Ich werde mich dann hier schon bereits verabschieden und danke Ihnen allen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Da sind wir wieder. Ja, und erst mal möchten wir eine Sache klarstellen. Diese grüne Eule ist kein Wanderpokal. Nein, die hat Jemmy Lee vor unserem digitalen Uniball in einer Nacht- und Nebelaktion unter ihrer Aufbringung, ihrer großen Kraft ausgeliehen. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir gemerkt haben, dass wir vom Uniball leider viel zu wenig Weisheit haben. Und dann hatten wir plötzlich ganz viel Weisheit. Und jetzt haben wir sie zurückgegeben. Genau. Und damit jetzt auch herzlich willkommen zu unserer studentischen Dauerwerbesendung. Genau, die geht nämlich jetzt los. Das Ganze dauert um die drei Stunden. Das heißt, ich hoffe, Sie haben genug Sitzfleisch. Denn jetzt heißt es dranbleiben. Und den ersten Verein, den wir vorstellen, ist, Trommelwirbel, das Unitheater Konstanz. In den letzten Wochen und Monaten war das Unitheater leider nur online vertreten. Aber jetzt sind wir back und haben Bock. Und wir sind auch Bock, denn wir sind back on campus. Und ja, in dem Zusammenhang haben wir die SchauspielerInnen des Unitheaters mal gefragt, wie das so ist, jetzt nach fast zwei Jahren wieder vor Leuten spielen zu können. Und wie sich das so anfühlt, mit Maske zu proben, ohne Maske zu proben, vielleicht mal gar nicht proben zu können wegen Covid. Und in dem Zusammenhang, haben wir uns da gut durchgekämpft. Ja. Beware of the strongborn. Mats ab. Wir hatten jetzt so seit zwei, drei Wochen Proben. Also am Anfang war ich mir ein bisschen unsicher, wie die Theatergruppe so draus sein wird, weil es waren so viele verschiedene Personen. Aber man wird hier so schnell herzlich aufgenommen. Also die ersten Proben liefen unterschiedlich gut. Es ist mal wieder ein gutes Gefühl, seit drei, vier Jahren Theater zu spielen. Ich muss ehrlich sagen, ein paar von uns haben uns so gut drauf, dass ich einen richtigen Pass auf die bekomme. Ich hatte am Anfang gar keine Ahnung. Ich habe fünf Sätze bekommen, die habe ich auswendig gelernt. Und dann dachte ich, ich komme einfach rein und lese die vor und dann ist alles gut. Text lernen ist noch ein bisschen kritisch im Moment. Ich muss ehrlich sagen, es ist schwierig mit der Maske zu proben, weil man sieht einfach die Gesichtsaustrecke nicht. Weil nicht das Gesicht kannst du so viel mitbringen. Ich habe mal von einem Regisseur gehört, dass es mit Masken oben ist eigentlich so das Allerschwierigste. Aber ja, man gewöhnt sich dran und das ist auf jeden Fall auch machbar. Ich gucke mir das natürlich auch an, was die anderen so hinter verschlossenen Türen sagen. Okay. So. Und wenn ihr jetzt genauso viel Lust aufs Unitheater bekommen habt oder auf Theater allgemein so wie ich, dann müsst ihr nur noch eins tun, nämlich am Freitag, kommenden Freitag auf unserem Instagram-Channel vorbeischauen. Da erhaltet ihr alle wichtigen Informationen, nämlich was wir spielen, wo es die Tickets zu kaufen gibt, wie viele Leute überhaupt rein dürfen, wie viel die Tickets kosten und ja, wenn ihr das alles wisst und abgehakt habt, dann müsst ihr nur noch vorbeikommen und ganz viel Spaß haben. Und dann sehen wir uns auf der Bühne, vor der Bühne, an der Bühne, endlich wieder live. Jamie Lee, du bist dran. Genau. Und um sich die Wartezeit bis dahin ein bisschen zu verkürzen, kann man sich auch zum Beispiel eine Folge des Uni-Radios anhören, denn die bereichern das Uni-Leben alle zwei Wochen mit lustigen und spannenden Rubriken und führen so durch den Uni-Alltag. Aber Jamie Lee, wenn ich mir so eine Folge des Uni-Radios anhören möchte, wo finde ich die denn? Spotify. Ah, und was muss ich in die Suchleiste eingeben? Uniradio Konstanz. Uniradio Konstanz. Super. Was es noch auf Spotify zu finden gibt und auch noch auf allen anderen Streamingdiensten natürlich, ist der Uni-Podcast 9b, bei dem Jamie Lee und ich auch mitarbeiten. Jamie Lee, erzähl mal was drüber. Genau, also Studierende, Lehrende und eben alle Interessierte wie Sie vor den Bildschirmen können sich mit den vier Kategorien Slice of Life, Bildung und Politik, Digitales und Technologien sowie Aktuelles weiterbilden. Und in den kommenden Folgen geht es unter anderem um Ökozid, aber auch sprich Prof. Dr. Steffen Bogen über Brettspiele mit unserem Moderationsteam, denn das Komitee des Spiel des Jahres hat zum Beispiel in Konstanz seinen Sitz. Ja, das wusste ich ja gar nicht. Ich schon, denn ich arbeite in der Redaktion mit. Super. An der Stelle gehen natürlich auch liebe Grüße an Roland Fischer raus. Super Chef. Möchtest du noch was sagen? Nee. Ja, dann sind wir jetzt am Ende. Ha, war ein Witz, geht doch nicht drei Stunden. Ich möchte mich bedanken bei Jamie Lee. Dankeschön. Möchtest du mir auch danken? Nein. Okay. Dann bei A2R, bei Marc, natürlich bei Herrn Franke und bei Herrn Petersen. Vielen Dank ans Studium Generale. Vielen Dank an meine Mama. Vielen Dank an meinen Papa. Und damit sind wir fertig. Ich wollte dann noch meinem Hund danken, meinen beiden Mitbewohnerinnen und dann noch ähm, 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 und danke, danke. Na ja. So, jetzt ist, glaube ich, hier die Kamera aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.